Wie die Nadel eines Grammophons ist die alte Welt aus den Funken geraten. Ein Sturm im Stundenglas. Jeder Funke unserer Schaffungskraft, jeder Gedanke schon einmal gedacht. Doch verloren und vergessen. An manchen Orten finden sich noch Bruchstücke davon wieder. Worte in Stein gemeißelt. Artefakte, deren Sinn sich uns nicht erschließt. Urgedanken ohne belegte Herkunft. Überliefert, als gingen sie aus dem kollektiven Geist der Menschheit selbst hervor. Dem gleichen Ort, an dem auch unsere Urängste zu Hause sind. Die uns wie ein Schatten begleiten. Die fantastischen Fälle des Robert Fuchs Mai 2020